Hey Leute, ich bin Roland von EasyRunner und heute habe ich meinen seltenen Gast mitgebracht von der Firma Brooks, den Hyperion Max in der Version 2. Das ist laut Brooks selber ein sogenannter Tempo Trainer. Ich persönlich finde sogar, den könnte man in die Kategorie der Super Trainer sogar einkategorisieren. Der bringt wirklich sehr, sehr schöne, viele Eigenschaften mit. Ja, Brooks hat den im Gegensatz zum Vorgänger so ein bisschen in der Aufbauhöhe erhöht und ich persönlich finde, ich weiß nicht, wie ihr das so seht, ich finde, der sieht auch noch richtig gut aus. Das sage ich wirklich selten über einen Laufschuh, also die haben sich da richtig Mühe gegeben und was der so gleich her macht, das werdet ihr ja gleich sehen. In der Aufbauhöhe kommt im Ergebnis raus, hinten steht der 36 Millimeter hoch und vorne 30, gibt eine Sprengung von 6 Millimetern. Der kostet 170 Euro, wiegt in der Mustergröße 258 Gramm und hat einen Schaum verbaut, der nennt sich DNA Flash Version 2. Das ist so ein mittelfester Schaum, sehr, sehr reaktiv und sehr, sehr schnell. Also richtiges Sahnestück werdet ihr nachher im Test noch sehen. Also von daher, das ist sehr, sehr gelungen, was die an der Stelle gemacht haben. Ja, sonst muss man noch sagen, als Besonderheit, hier ist eine Nylonplatte eingebaut. Die ist sehr, sehr flexibel, sehr, sehr leicht. Man hat sich gegen eine Carbonplatte entschieden, weil die zu steif war und im Gesamtkonstrukt, finde ich, kommt das sehr, sehr gut her. Was der Schuh sonst noch her macht, fangen wir gleich mit dem Obermaterial an. Jetzt kommen erst mal ein paar schöne Bilder. Wir sehen uns gleich und wie gesagt, freut euch auf den Test, der ist richtig gut, der Schuh. Ja, was das Obermaterial betrifft, muss man jetzt wirklich sagen, absolutes Sahnestück, was hier Brooks bietet. Das Obermaterial ist ganz jahrestauglich, sehr, sehr schön einatmungsaktiv, leicht, luftdurchlässig. Also wirklich, das Meschmaterial hinterlässt einen ganz, ganz tollen Eindruck und ich kann nur sagen, ist mittlerweile Lieblingsmaterial, was ich je getragen habe. Also gehört das wirklich zu den Top 3 Brooks, muss ich da gar nicht verstecken. Sehr, sehr große Fortschritte. Vorne im vorderen Bereich haben die hier so Stabyelemente eingebaut. Die sind sehr, sehr wirkungsvoll, relativ steif gewählt worden und auch relativ hoch gesetzt worden, was dann für die 10-Box bedeutet, dass man relativ viel Platz in der Breite und auch in der Höhe hat. Also das heißt, jeder Vorfuß fühlt sich hier wirklich sehr, sehr schön, komfortabel aufgehoben. Wie gesagt, die 10-Box an sich überhaupt keine Klagen, top Noten dafür. Was die Zunge betrifft, die ist hier vorne befestigt mit zwei seitlichen Zwickeln, also jeweils auf einer Seite einen Zwickel und die Zunge an sich ist auch noch sehr, sehr elastisch. Man sieht das vielleicht auch hier. Ist allerdings, lustigerweise, ist die nicht gedämpft durch irgendwelche Pads und dennoch sehr, sehr weich gemacht worden. Also das merkt man überhaupt nicht, dass da keine Pads verbaut worden sind. Also von daher auch dafür überraschenderweise würde ich fast volle Punktzahl geben, was diese Zunge betrifft. Ist echt super gut gelungen. Die Zwickel muss man vielleicht noch dazu sagen, die sitzen relativ weit im hinteren Bereich. Das heißt, später beim Einstieg wird man das merken. Bedeutet aber auch im Endergebnis, was den Sitz des Fußes im Schuh betrifft, echt sehr, sehr gut und fast optimal gelungen. Die Schnürsenkel sind auch super. Die sind geriffelt und fräsen sich so in die Löcher ein. Also da gibt es überhaupt keine Klagen im Gegenteil. Also wenn sich da was löst, dann hat man wirklich ganz, ganz schlecht gebunden. Der Einstieg, ich habe es schon angedeutet, es ist minimal eingeschränkt. Hat aber nur was mit diesen Zwickeln zu tun, die relativ weit hinten sitzen. Und im Ergebnis ist der auch sehr, sehr schön komfortabel möglich. Was den Schuhkragen betrifft, auch nur beste Noten und genauso in der Achillessehne in dem Bereich. Die Pads, die hier verbaut worden sind, sind dick, sind relativ weit im Bereich eingebaut worden. Das heißt, die fangen relativ weit unten an, gehen sehr, sehr weit hoch. Der Fuß fühlt sich da auch sehr, sehr schön komfortabel aufgehoben. Ich denke auch nicht, dass es zu irgendwelchen Blasenbildungen oder Reibungen großartig kommt. Auch im Fersenbereich und im Achillessehnenbereich ist das wirklich klasse. Bei der Schuhkappe muss man wissen, die ist hier im oberen Bereich recht flexibel ausgelegt. Im unteren Bereich sehr, sehr steif, weil die Mittelsohle ein bisschen weiter hochgezogen ist. Auch an den Seiten sieht man das hier. Wir sind an bestimmten Stellen diese seitlichen Elemente der Mittelsohle hochgezogen worden, was die Steifigkeit natürlich verbessert und was das natürlich in der Wirkung auch die Stabilität des Fußes quasi in so einer Art Schuhbett bedeutet. Ja, im Gesamten muss ich sagen, ist das mittlerweile, bin ich schon einige Mal mit dem Schuh gelaufen, eines meiner Lieblingsmodelle, was das Obermaterial schon mal betrifft. Über jeden Zweifel erhaben, sieht auch noch richtig gut aus, wie ich finde, in der Farbgebung und dem Material. Also das heißt, da muss ich Blux überhaupt nicht verstecken, im Gegenteil. Echt sehr, sehr gelungen. Bei der Mittelsohle schauen wir uns erstmal die Technik an, vor allen Dingen aus Sicht des Leichtathetik-Weltverbandes und der hat nur zwei Regeln. Es darf nur eine Platte verbaut werden, das ist okay und die maximale Aufbauhöhe darf nicht über 40 mm sein, das ist auch okay. Lange Rede, kurzer Sinn, das heißt, der Schuh ist regelkonform. Als zweites gucken wir mal auf die Schäume und hier wird ein Schaum verwendet, der nennt sich DNA-Flash Version 2. Der ist extrem reaktiv, der ist bouncy, der ist sehr, sehr lebendig, also wirklich top Qualitäten. Der ist mittelfest bis mitteldicht, das heißt also die Leute, die die absolut weichesten Schäume mögen, die sind hier vielleicht nicht ganz so gut beraten und die Eigenschaften ermöglichen also wirklich jedes Tempo und jede Entfernung von daher auch super gut gemacht worden. Ja, als nächstes gucken wir uns mal die Platte an. Das ist keine Carbon-Platte, sondern man hat sich für eine Nylon-Platte entschieden. Die ist ein bisschen flexibler, was weicher und wie ich finde in der Wirkung auch sehr, sehr gut gelungen. Das ist eine Platte, die ist durchgängig von vorne bis hinten, die ist vollflächig, die ist wirklich in der Wirkung mittelhoch gesetzt worden und deshalb auch sehr, sehr geeignet für den Läufer, der vielleicht auch noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung hat und auch nicht ganz extreme Platten laufen möchte. Was das Abrollverhalten betrifft, muss man wissen, auch da hat man vor allen Dingen auf den Mittelfuß und auf den Vorfußdäuferwert gelegt. Das heißt, gerade das Abstoßen im vorderen Fußbereich wurde in den Mittelpunkt gesetzt. Man kann natürlich tatsächlich auch als Fersenläufer hier vernünftig aufsetzen und rollt auch schön ab, aber die Priorität wurde, glaube ich, auch vorne gelegt. Und auch das ist in der Wirkung wirklich sehr, sehr natürlich und ermöglicht wirklich richtig schönes, geführtes Abrollen nach vorne und auch sehr, sehr wirkungsvolles Abstoßen. Ja, und zum Fazit kann man nur sagen, der ist, finde ich, von der Mittelsohle her super gut gelungen. Der hat Schäume verbaut bzw. einen Schaum verbaut. Der ist mittelfest bis mitteldicht, nicht ganz weich, super reaktiv, bouncy und wirklich extrem viel Spaßfaktor, was hier betrifft, sehr, sehr lebendig gestaltet. Also ich kann nur sagen, jede Strecke, jede Geschwindigkeit ist möglich und Wettkampfschuh wäre sogar möglich, Tempotrainer wäre möglich, Supertrainer wäre möglich. Also das heißt, extrem flexibles Teil, sehr, sehr schöne Geschichte, muss ich sagen, Bestnoten von mir aus. Ja, bei der Betrachtung der Außensohle fällt natürlich direkt auf, dass hier eine sehr, sehr lange, sehr, sehr tiefe, teilweise gezogene Rille gemacht worden ist von Brooks. Das dient der Gewichtsreduzierung, gewährleistet den repräsentativen Blick auf diese Nylonplatte, sogenannte Speed-Wortplatte und dient natürlich auch der Gewichtsreduzierung und der Flexibilisierung überhaupt. Wenn ihr mal guckt hier, man sieht das vielleicht so angedeutet, diese Sohle im Außenbereich ist wirklich sehr, sehr flexibel, das heißt in der Wirkung sehr, sehr gut gelungen. Als zweites gucken wir uns die Abmaße hinten und vorne immer an und dann habe ich normalerweise auch immer eine Vergleichstabelle mit Modellen, die in einer ähnlichen Liga spielen, wie auch hier gemacht. Und da sieht man, dass sich dieser Schuh tatsächlich vorne und hinten in einem relativ breiten Range abspielt. Soll nochmal die Stabilität des Schuhs unterstützen in der Liga, wo er hier spielt. Super Trainer, Tempo Trainer und teilweise Wettkampfschuh auch. Das ist also auch sehr, sehr gut gelungen. Passt. Man steht ja sowieso mit dem Fuß in dem Schuhbett recht stabil. Das habe ich ja vorher schon angedeutet. Ja, als nächstes schauen wir mal und gucken, was die Außengummierung macht. Hier sind vorne ein großes und hinten zwei kleine Stücke aufgebracht. Der Gummi ist sehr, sehr dick, finde ich sehr, sehr wirkungsvoll im Trockenen sowieso und in Nässe auch schon mal sehr, sehr gut. Nicht überragend, habe ich also schon ein bisschen was Besseres gesehen, aber was die Nässe betrifft, ist das immer noch sehr, sehr solide. Ja, was mir nicht gut gefallen hat, ist wie gesagt, diese Aussparung hier in der Wirkung. Da sammeln sich nämlich Steine und jegliche Art von Schmutz und Dreck. Das heißt also, die Konstrukteure haben wahrscheinlich gesagt, der Schuh wird mehr an der Straße getragen als auf dem steinigen Gelände. Würde ich auch tatsächlich in dem Fall empfehlen, den eben nicht im Gelände anzuziehen. Die Haltbarkeit, die ist sowieso normalerweise bei Brugs sehr, sehr gut gewährleistet. Kann ich auch bestätigen. Es sind wirklich keine Verschleißerscheinungen. Ja, wie gesagt, in der gesamten Benotung kann ich nur sagen, die Außensohle wirkt für mich extrem solide, aber nicht überragend. Aber dennoch ein sehr, sehr guter Schnitt, der hier rausgekommen ist. Auch sehr, sehr cool gelungen. Ja, kommen wir zum Fazit vom Brooks Hyperion Max 2. Ja, ein super toller Schuh. Ich glaube, die meisten haben den gar nicht auf ihrer Liste drauf, dass man sagt, man kann den sich überhaupt mal betrachten. Sehr, sehr stark unterschätzter Schuh. Er hat ein top Preis-Leistungs-Verhältnis. Man kann den als Super-Trainer, Tempo-Trainer und auch als Wettkampfschuh anziehen. Die ganz großen Stärken liegen für mich persönlich im Obermaterial und in der Mittelsohle. Also man fühlt sich super gut, wenn man im Schuh steht. Das Material und der Sitz ist hervorragend. Schäume und Nylonplatte in der Konstruktion sind auch super. Mittelfest und mitteldichte Geschichte eher nicht ganz weich. Ist wie gesagt geeignet für fast alle Entfernungen. Ich persönlich würde den bis Halbmarathon anziehen. Soweit passt das sehr, sehr gut. Wie gesagt, ist mega unterschätzt. Hat wahnsinnig viele Stärken. Das Einzige, was ich auf der Negativliste setzen würde, wäre, dass ich den Schuh nicht wirklich geeignet für Gelände empfinden würde. Aber nur deshalb, weil sich Steine und Verschmutzungen relativ leicht hier unten in der Außensohle ansammeln würden. Das ist auch der einzige Schwachpunkt, den ich tatsächlich auflisten würde. Ansonsten ist das Teil echt super gut gelungen. Gratulation an Brux. Untertitelung des ZDF für funk, 2017